Hallo liebe Leute, grüße ich zum Witz von Notkehr. Heute sehe ich den Geburtstagswitz. Moment, sind wir weit. Liebe Leute, grüße ich zum Witz von Notkehr und froh es mir in der Filmtaste, gibt es im Shop oder so ein Schild. Und der Geburtstagswitz und zwar ist der von Notkehr Winter, also von mir. Und der Geburtstagswitz. Ich hatte vor zwei Teilen Geburtstag und da kam jede Menge Online-Grüße und eine per E-Mail da von poppen.de. Ich musste laut lachen, ich dachte eine Gratis-Nummer, aber leider soll ich da nur einmal vorbeigucken da von poppen.de. Ich hatte vorgestern Geburtstag und dann kam jede Menge Geburtstagsgrüße und eine per E-Mail von poppen.de. Ich dachte eine Gratis-Nummer, aber nee, ich soll da nur einmal vorbeigucken. Und Erklärung, ich hatte ja Geburtstag, bin 56 geworden vor zwei Tagen und dann kam jede Menge Online-Grüße und eine von poppen.de. Irgendwann habe ich da mal vorbeigucken bei poppen.de, aber da war ich schon ein paar Jahre nicht mehr drin und jetzt kam mein Geburtstagsgruß. Und dann, ich dachte eine Gratis-Nummer irgendwie, aber nee, ich soll nur einmal vorbeigucken und was kaufen. Okay, ciao, kann man bitte abonnieren.